Hallöchen und Herzlich Willkommen in einer weiteren Folge Fable 2. Wir müssen diese drei Ehrlichter zu diesem Totenkopf bringen. Jetzt wird's auf einmal dunkel. Ah ja, genau hierhin. So. Ich wusste es. Du bist bestimmt böse und gar nicht so nett wie du tust. Du willst uns bestimmt übers Ohr hauen. Okay, wir müssen ja das Balverin-Kostüm anziehen. Und es sieht so aus wie Knurren. Jawohl. So, was haben wir denn da unten? Sind das Balverine? Nein, es sind Hops. Was ist das da? Aha. Da komm ich nicht rein. Zack, 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 zack und tschüss. Und Rinder. Und Rinder. Rätselhafte Höhle. Okay. Ah, hier sind Hops. Ah, hier sind Hops. Das letzte Kostüm befindet sich in der Koste. Ihr müsst zu einem der schrecklichsten Wesen werden. Werdet ihr das tun? Oh Mann. Ich ahne, Schlimmes. Ein Hops. Ein Hops. Ein Hops sollen wir werden. Nein, ich will kein Hops werden. So. Unser Hund hat wieder irgendwas gefunden. Da schauen wir gleich schnell nach. So, was haben wir denn für ein Kostüm? Ein Hops Kostüm. Ich wusste es. Aha, okay. Dahin müssen wir. Wir sehen schon echt witzig aus in dem Ding. Was ist das jetzt? Macht er da jetzt irgendwas? Aha, okay. Der geht einfach in Luft. In die Luft. Der rennt dagegen und explodiert. Ah, ja. Ey, ich bin einer von euch. Seht ihr das nicht? Das zieht schon gar nicht mehr bei denen. Die werden davon gar nicht mehr paralysiert. Au. So, erledigt haben wir sie. Aha. Haben wir jetzt zwei? Ne, jetzt haben wir einen anderen. Aha. Dann geh du doch mal darüber. Der geht aber auch kaputt. Das kapiere ich jetzt irgendwie noch nicht. Die gehen doch alle tot dann. Ach nee, ich muss erst da das kaputt machen mit dem. So. Aha. Er glaubte, kein Held würde sich herablassen, so lächerliche Klamotten zu tragen. Weshalb ich hier für immer gefangen wäre. Okay. Das Ding kommt da rüber? Ja, kommt es. Ein Grabungsort. Ich spüre sie, mehr Ehrlichter, die durch die Luft schwirren, wie höllische Sonnenstrahl. So, was kriegen wir? Ein Spielzeugpferd. So, ich tue mal dieses ekelige Hobbskostüm ausziehen. Sieht ja schlimm aus. Aber wir müssen es auch gleich wieder anziehen. Und diese Gestik machen. Jetzt gucke ich gerade mal noch schnell hier. Ach nee, da kommen wir zurück wahrscheinlich. Ob es da rein? Haben wir hier noch irgendwas anderes? Nee, kommen wir nicht. So. Aha. Und jetzt? Ach so, wir müssen da hoch. Und die Ehrlichter zu dem Typen bringen. Ja, genau. Bitteschön. Törichter, ich wusste es. Ich wusste es. Und jetzt, wir haben dich befreit. Ja, den kriegst du jetzt zu spüren. Aber sowas von. Oh, halleluja. Das sind ganz schön viele. Ähm, Gegenstände. Tränker. Was haben wir denn noch? Einen davon. Dann möchte ich gerne meine Kleidung wieder haben. Piratenkluft für Damen. Kann ich das noch ablegen, wieder? Mäntel. Oh Gott. Ohne Mantel. Aber mit einer Hose. Kopfbedeckung hatten wir. Den. Ganz bestimmt nicht. Den Wegelagererhut. Und Maske hatten wir auch aufgesetzt. Und zwar die. So. Ach, warte mal. Ich glaube, wir haben noch. Die Handschuhe an. Hände. Ach, lassen wir die einfach an. machen wir. Die Handschuhe an. Oh. 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 Oh! Oh. Me شي. Oh. 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 zack zack Aua und ich jetzt wieder den das Kostüm für die tot erholen Männer an naja wenn wir auch schon aufsteigen können steigen wir auf aber wahrscheinlich geht es noch nicht wirklich den Schock verbessert schön ein 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 ne du wirst die teuer ein 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 das macht ein ein bisschen fett der käse alter wie lange sollen das noch weitergehen oh wir haben noch ganz wenig leben was habe ich noch schon wieder an verpflegung nüsse und tofu nehmen wir mal den tofu habe ich erwischt ja ich habe ihn erwischt alter schwede die kostümparty die tricks des nekromanten waren umsonst seine wiederauferstehung folgte der unmittelbare ein eintreffende tod der schädel ist nicht mehr verflucht und wir und wird anderen keinen schaden mehr zufügen geile sache geht doch jawohl erfahrung unser hund hier ja es geht ihm wieder gut ich bedanke mich fürs zusehen euer miggi die bis zur nächsten folge macht's gut ciao